Das bedeutet aber gar nichts daran, dass das heute unsere jüngsten Teilnehmer sind. Aber jung bedeutet nicht, dass die langweilig sind. Im Gegenteil, denn bei Ihnen steht Rock'n'Roll auf dem Stundenplan. Lasst euch jetzt so richtig abrocknen. Sie kommen aus Tedinghausen. Und in der Leitung von Thomas Müller und Martin Eichler. Hier sind für euch Rock'n'Gudeville von der Gudeville-Schule. Guten Abend, wir sind die Rock'n'Gudeville und wir sind keine normale Band, sondern eine ganze Schulklasse. Und wir haben Rock'n'Roll auf dem Stundenplan. Also rockt richtig wild! Musik Musik Untertitelung. BR 2018 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 So Leute, Rock'n'Roll ist sich zum Zuhören, dann muss ich ihn spüren. Und deswegen wissen wir euch, auszustehen, mitzumachen und mitzuklatschen. Man spürt den Rock'n'Roll im Pool. Man spürt ihn im Pool. Man spürt ihn im Pool. Und man spürt ihn im Pool. 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 Man spürt den nou her hat. 1, 2, 3, 4 Somebody help me! One way! One way! One way! Yeah! 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4